Inter-Levercruz ins Halbfinale, Götze-Gala in Tasserei und Patrick wird zurückgeschickt. Das ist der Ende des Tages, mein Name ist Nico und Flo und ich haben ohne Witz 10 Minuten zusammengesessen und uns überlegt, mit welchem Wortspiel wir euch am meisten ärgern können und das ist rausgekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Legen wir los. Boom, boom, boom! Susi Zorc, der Manager des BVB, droppt Bomben. Gestern Anfang des Trainingslagers in Dortmund oder von Dortmund und gleichzeitig bekanntlich das Ende der Transferfrist für Jadon Sancho. Man hat ja gesagt, der 10. August ist die Deadline. So und gestern bei der Medienrunde stellt sich Zorc hin und sagt, Jadon Sancho bleibt damit auch für die kommende Saison ein Spieler von Borussia Dortmund und wo wir gerade dabei sind, haben wir außerdem seinen Vertrag bereits vor einem Jahr heimlich bis 2023 verlängert. Boom! Und das klingt natürlich aus BVB-Fansicht erstmal richtig, richtig gut und das ist es auch, gar keine Frage. Ich glaube aber nicht, dass der Transferpoker deswegen jetzt 100% komplett vom Tisch ist. United wird sicherlich nochmal anfragen, aber die Tür ist definitiv deutlich weiter zu, als sie das noch vor 24 Stunden war. In England allerdings glauben United-nahe Experten nicht daran, dass es das Ende des Pokers ist. Als erstes meldet sich Euron Hagels zu Wort und sagt, Bluff, das ist ein Bluff. Ich denke, er wird in Kürze ein United-Spieler sein. Es geht nur darum, etwas mehr Geld rauszuholen. Das ist die Natur der Sache. Sie wissen, dass er geht. Außerdem äußerten sich auch Paul Scholes und Robin van Persie in eine ähnliche Richtung und sagten, sie glauben, dass Sancho immer noch kommt. Ich glaube inzwischen, dass die Tendenz auf jeden Fall in Richtung Verbleibes. Ich glaube, dass es weiterhin Gespräche geben wird, aber Zorc würde sich da gestern nicht so hinstellen, wenn er ihn dann in einer Woche abgibt. Aber ganz vom Tisch ist die Geschichte sicherlich nicht, glaube ich zumindest. Denn Jadon Sancho will zu United, das haben wir in den letzten Wochen gemerkt. Und wenn die jetzt irgendwann bemerken, ja gut, scheiße, hier sind 130 Millionen, könnte das Thema wieder aufpoppen. So, Europa League. Wir sind in der K.O.-Phase angekommen. Also im Sinne von ein Spiel entscheidet alles. Und gestern Inter gegen Bayer 0 für Leverkusen. Und Bayer 0 für Leverkusen verschläft den Start und viel verliert am Ende. 2 zu 1 und scheidet aus dem Wettbewerb aus. Und Edmund Tabsober, der hat gestern von Romelu Lukaku eine komplette Lektion bekommen. Ich glaube, der Junge weiß heute nicht, wo sein Kopf steht. Wie auch immer, Inter steht im Halbfinale. Im zweiten Spiel des Abends lieferte der FC Kopenhagen um Niklas' schwedischen Bruder Karl-Johann Johansson Manchester United einen riesen, riesen Fight. Und mussten sich erst in der Nachspielzeit durch einen, sagen wir mal, strittigen Elfmeter geschlagen gegeben. Geschlagen gegeben. Geschlagen gegeben. United und Inter, also im Halbfinale. Was läuft da zwischen Mario Götze und Galatasaray Istanbul? Der türkische Spitzenverein möchte den Weltmeister von 2014 scheinbar gerne unter Vertrag nehmen und soll Götze bereits ein offizielles Vertragsangebot vorgelegt haben. Götze, das wissen wir alle, ist ja vertragslos, hat seinen Kontrakt beim BVB nicht verlängert bekommen oder auch nicht verlängern wollen. Wie auch immer, Gala soll ihm 2,5 Millionen Euro im Jahr bieten. Das soll das Mindeste sein, was Götze sich vorstellt. Laut Information in der Bild-Zeitung steht Luca Waldschmidt vom SC Freiburg vor einem Wechsel zu Benfica. 12 Millionen Euro sollen die Portugiesen für Waldschmidt bezahlen wollen und er hat wohl intern schon gesagt, dass er sich ganz gerne den Portugiesen anschließen wollen würde, da diese Champions League spielen. Robin Koch, das ist ja ein weiterer Freiburger, der auch mit Benfica in Gesprächen war, der soll Benfica abgesagt haben, wohl weil er auf ein attraktiveres Angebot aus entweder Leipzig oder irgendwo Europa hofft. Die McKennie-zu-Härter-BSC-Geschichte wird langsam aber sicher immer heißer. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll man sich, was die Ablöse betrifft, inzwischen sehr, sehr nah gekommen sein. Schalke fordert 25 Millionen, Hertha bietet bis jetzt 19, 20 Millionen. Es sind also nur noch wenige Millionen, bis man sich in der Mitte irgendwo treffen könnte. Und für McKennie ist scheinbar Hertha BSC der Wunschtransferabnehmer. Der zweite Kandidat wäre der AS Monaco. Die AS Monaco. Jonjo Kenny ist weg, Daniel Caligiuri ist weg und Schalke 04 hat einfach schlicht und ergreifend derzeit keinen Rechtsverteidiger. So, da brauchst du mindestens einen, eher zwei. Inzwischen soll Schalke zumindest einen Kandidaten gefunden haben und das bei der Roma. Die Regel ist von Rick Karsdorp. Der Niederländer gilt oder galt als Großtalent auf der Rechtsverteidigerposition, hatte aber in der Vergangenheit immer wieder große Verletzungsprobleme und ist bei der Roma komplett außen vor. Er spielt in der ersten Mannschaft keine Rolle mehr. Schalke soll sich bereits offiziell erkundigt haben und das ist aber auch schon alles. Es gibt noch keine Gespräche zwischen Verein und Spieler. Es war der Wunsch von RB Leipzig und von Patrick Schick, dass man auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten kann. Daraus wird scheinbar nichts. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist das Thema vom Tisch. Der Grund dafür ist der abgebende Verein, die Roma. Die Roma braucht, das wissen wir alle, diesen Sommer relativ dringend etwas Geld und wünscht sich für Patrick Schick 25 Millionen Euro. Zu viel für RB Leipzig, die scheinbar Italiener gesagt haben, alles klar Freunde, dann sind wir raus. Die Lage von Manchester Uniteds hochzentrierten Flügelspieler Tahit Chong zu Werder Bremen ist in der finalen Form. Es ist kurz davor, dass Chong nach Bremen reist. Das berichtet die Bild-Zeitung und sein Berater bestätigt es auch durch die Blume. Herr Solski hat sein Versprechen aus dem März gehalten und Tahit gesagt, dass er den Verein verlassen darf, so sein Berater am Montag. Hintergrund dieses Gesprächs im März war, dass Chong seinen Vertrag bei United bis 2022 verlängert hat, mit der Zusage, dass er aber im Sommer mindestens ein Jahr ausgeliehen wird. Bei Bremen soll er die Nachfolge von Milot Rashica antreten. Wo der genau hingeht, wissen wir noch nicht. Die Kandidaten sind bekannt. Der kanadische Offensivspieler Jonathan David verlässt Gent und geht zu Lille, wo er der Nachfolger von Victor Oshiman sein soll. 27 Millionen zahlen die Franzosen für den Kanadier, der ein absolutes, herausragendes Ausnahmetalent ist. Der Mann kann alles. Nachdem man die 70 Millionen für den Ex-Volce-Burger Oshiman kassiert hat, sind 27 Millionen wirklich nicht viel, viel Lille, die wahrscheinlich einen besseren Spieler bekommen, als sie vorher hatten. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich diesen Transfer hier reinnehme. Jonathan David merkt euch diesen Namen auf jeden Fall. Der Mann könnte mal richtig, richtig groß werden. Das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.